Und es war ja fast wie ein geplanter Übergang, dass die Wirtschaft und ein CEO genauso unpopuläre Maßnahmen natürlich auch treffen muss und nicht immer nur sich mit glanzvollen Ergebnissen der Hauptversammlung stellen darf. Das hat gerade eben auch leider Werner Baumann machen müssen. Er hat Sparmaßnahmen angekündigt. Werner Baumann ist der CEO von Bayer. Sie kennen alle den Agrarchemie- und Pharmakonzern weltweit unterwegs. Und es wäre nicht in den letzten Jahren genug reingeprasselt. Nun natürlich dann auch noch durch die Pandemie und vieles andere mehr. Diese Zahlen, also der Aktienkurs war entsprechend. Aber er ist jemand, der immer wieder und jetzt auch wieder bestätigt für die nächsten Jahre, da sehr kräftig an der Front anarbeitet, das wieder zu ändern. Und alles wieder, wir wollen mal hören, wie in diesen Zeiten des Wandels eigentlich für die Aktionäre, aber vor allen Dingen nachhaltig fürs Unternehmen und die Mitarbeiter wieder zu richten. Und das ist eine ganz große Aufgabe, die Werner Baumann vor sich hat. Und bei uns ist er heute Morgen. Herzlichen Dank fürs Kommen. Die Bühne ist Ihre. Guten Morgen. Kann ich direkt loslegen? Aber direkt. Ach so, wunderbar. Ja, sehr verehrte Frau Christiansen, meine Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, heute hier sprechen zu können. Ich habe drei Themen. Das erste Thema stand Corona-Forschung. Und was wir noch zu erwarten haben, das zweite Thema ist Europa. Und das dritte Thema ist die Lage unseres Unternehmens und unsere Perspektive. Bei den letzten beiden Themen kann ich mich kurz fassen. Zu Europa ist, glaube ich, gestern von Herrn Oettinger alles gesagt worden. Und ich muss sagen, der Mann hat recht. Die einzige Wahl, die mir verbleibt, ist die schwere Wahl zwischen Ackerforsch und Golfplatz. Das werden wir dann mal sehen, wie das dann ausgeht. Zu Bayer haben wir im Interesse der Zeit schon das eine oder andere vorgezogen. Vorgestern mit der Kapitalmarktkommunikation zur Situation unseres Unternehmens. Ich gehe gleich vielleicht noch mal ein bisschen darauf ein. Lassen Sie mich zunächst mit dem Stand zu Corona beginnen. Wir haben weltweit ungefähr zurzeit 33 Millionen von Fällen mit positiv getesteten Menschen. Und wir alle erwarten, dass sich die Situation möglichst schnell auch wieder normalisiert. Dazu vielleicht einige wenige Zahlen, die uns zu denken geben sollten. Es sind zurzeit etwa 40 Wirkstoffe oder 40 Vakzine, also Impfstoffe, Wirkstoffe in der klinischen Prüfung. Und ein ganz wichtiges Thema für Pharmaunternehmen, Impfstoffhersteller, zu denen wir im Übrigen nicht gehören. Wir sind kein Impfstoffunternehmen. Aber für alle Pharmaunternehmen ist es wichtig, dass die Impfstoffe oder die Medikamente, die in den Markt kommen, auch sicher in der Anwendung sind. Deswegen dauert es relativ lange, bis diese klinischen Studien abgeschlossen sind. Von diesen 40 Vakzinen, die zurzeit in der klinischen Prüfung sind, gibt es 10. Also nur ein Viertel, die in der letzten Phase der klinischen Prüfung sind. Und von diesen 10 ist zurzeit die Situation so, dass, wenn alles gut geht, nur ein erster Wirkstoff, die klinische Prüfung und damit auch eine Zulassungsfähigkeit, irgendwann im ersten, vielleicht zum Ende des ersten oder zu Beginn des zweiten Quartals erreicht haben wird. Bei Medikamenten, die helfen, die entsprechenden Infektionen, wenn sie dann eingetreten sind, mit ihren Wirkungen gegebenenfalls etwas zu mitigieren, gibt es 254 Medikamente oder Wirkstoffe, die zurzeit untersucht werden. Von diesen 254 gibt es genau vier, die heute zugelassen sind. Und zwar im Rahmen verkürzter Zulassungsverfahren aufgrund der Schwierigkeit der Situation, sind also sozusagen für Notfallbehandlung zugelassen. Es ist gestern bereits angeklungen, auch Herr Kubicki hat es gesagt, dass nichtsdestotrotz unsere Ärzte, die Kliniken sehr viel gelernt haben innerhalb der letzten sechs Monate, wie bessere Behandlungsprotokolle dazu führen können, die Leute vor allen Dingen aus den Intensivstationen zu halten. Aber wir haben weder eine ausreichende Versorgung mit Impfstoffen heute, und ich komme gleich auf vier verschiedene Szenarien, noch haben wir wirklich eine große Palette von Medikamenten, die helfen können, eine Erkrankung entsprechend zu therapieren. Welche vier Szenarien müssen wir eigentlich uns vorstellen für die nächste Zeit? Das erste Szenario ist das, bei dem ich glaube hier auch im Raum, dass viele von Ihnen hoffen, dass das das Szenario ist, was am Ende eintreten wird, das ist die schnelle Erholung. Die schnelle Erholung sieht so aus, dass wir im Jahresverlauf 2021 ausreichend Impfstoff haben, um eine gute Durchimpfung der Bevölkerung zu erreichen und dann mit einer Stabilisierung und einer Abflachung der Infektionskurve das Jahr 2021 verlassen. Zweites Szenario ist vorsichtiger Optimismus. Das würde bedeuten, dass wir einen Impfstoff haben, mehrere Impfstoffe haben, bei denen die gleiche Durchimpfung aber nicht erreicht worden ist, aufgrund der Volumina, die zu impfen sind, der vielen Menschen, die zu impfen sind weltweit und dass wir lediglich eine Stabilisierung zum Jahresende 2021 erreicht haben werden. Das dritte Szenario ist das Szenario der falschen Euphorie. Ein bisschen was davon hatten wir im Sommer. Sie haben überall gesehen, dass die Menschen etwas entspannter waren, als die Infektionszahlen runtergingen. Das Leben normalisierte sich. Man hat es in vielen Bildern gesehen, die Leute haben wieder sehr eng zusammengesessen in Straßencafés, sind ihren Hobbys nachgegangen, haben sich mit Familie und Freunden getroffen. Und was wir jetzt mit dem Eintritt in den Harbst sehen, ist, dass diese falsche Euphorie natürlich auch dazu führen kann, dass die Infektionsverläufe teilweise signifikant beschleunigt werden, wie wir es auch in einigen Ländern sehen. Interessanterweise, das Land, was mit am stärksten betroffen wurde, zu Beginn des Jahres, wo Sie gesehen haben, dass Militärfahrzeuge mit Bergen von Toten durch die Straßen gefahren sind in Italien, das ist das Land, was es momentan mit ein, zwei wenigen anderen Ländern zusammen am besten im Griff hat. Das heißt, Vorsichtsmaßnahmen und Disziplin sind am Ende das alles Entscheidende. Ich glaube auch für die unmittelbar vor uns liegende Zukunft, um das Infektionsgeschehen in irgendeiner Form unter Kontrolle zu halten. Das vierte Szenario ist, dass das, was wir zurzeit sehen, uns auch für längere Zeit begleiten wird. Fast Recovery, unsere Perspektive, die Perspektive unseres Unternehmens, auch unserer Mediziner, nicht besonders wahrscheinlich. Und man kann es auch an einigen wenigen Punkten festmachen, wenn man halt die Welt etwas realistischer sehen möchte. Nummer eins, die wenigen Impfstoffe, die gegebenenfalls nächstes Jahr an die Zulassung kommen, werden in ausreichenden Volumina, um eine ausreichende Durchimpfung der Bevölkerung zu erreichen, gar nicht hergestellt werden können. Zweitens, es gibt Länder, die Sie alle kennen, Frau Christiansen hat es gerade gesagt, auch der Präsident ist inzwischen erkrankt, die teilweise sehr national bezogen sehen, dass sie ausreichend Impfstoff für ihre Bevölkerung haben. Der überwiegende Teil der Welt hat sich solidisiert im Rahmen der COVAX-Initiative. Und die COVAX-Initiative hat zum Ziel, verfügbaren Impfstoff unabhängig von Kaufkraft der jeweiligen Volkswirtschaften fair zu verteilen. Das heißt, sobald ausreichender Wirkstoff vorhanden ist, wird dieser Wirkstoff letztendlich breit verteilt werden, damit diejenigen, die die größten Risiken haben, egal wo sie leben und wohnen, letztendlich auch durchgeimpft werden können. Und das wird vor allen Dingen und ganz zuerst unser ärztliches Personal sein müssen. Wenn Sie sich das auf der Zeitachse vorstellen und sagen, irgendwann zur Jahresmitte werden wir dann in die Verteilung und auch die Impftätigkeit in größerem Maßstab eintreten, dann ist, bevor ein ganz kleiner Teil der Bevölkerung durchgeimpft ist, ist das Jahr 2021 vorbei. Und damit können wir also davon ausgehen, wir auf jeden Fall für unser Unternehmen davon ausgehen, dass wir im besten aller Fälle im Szenario 2 sind. Und das hoffen wir sehr. Das heißt aber auch, 2021 sieht so aus wie 2020. Und 2022 werden uns auch die Nachwehen dieser Krise sicherlich noch in gewissem Umfang, hoffentlich nicht in erheblichem Umfang, weiter beschäftigen. Zwei Sätze zu dem, wie wir als Unternehmen damit umgehen. Wir haben einen globalen Krisenstab, dem ich vorsitze. Und wir hatten zu Beginn des Jahres eine ganz interessante Diskussion, als die ersten, auch größeren Infektionsherde sich herauskristallisierten. Und meine Frage war, was machen wir eigentlich, wenn bei uns in einer unserer Produktionen ein solcher Infektionsherd seinen Anfang nimmt? In Wuppertal sind wir letztendlich unter der Aufsicht der lokalen Gesundheitsbehörden. Und ich muss Ihnen nicht sagen, was die Gesundheitsbehörden in Wuppertal vor allen Dingen zuallererst im Blick haben. Das ist der Schutz der lokalen Bevölkerung. In Wuppertal stellen wir für unser gesamtes Pharmageschäft weltweit in den chemischen Wirkstoffen, also nicht in den biologischen, in den chemischen Wirkstoffen, irgendwo in der Größenordnung von 80 Prozent aller Wirkstoffe, die wir weltweit verkaufen, her. Sollte ein Infektionsverlauf in unserer Produktion starten, würde diese Produktion mit weltweitem Ausfall unseres Geschäftes letztendlich ihre Konsequenzen haben. Also haben wir gesagt, wir werden immer ein bis zwei Schritte auch vor der Regulierung sein mit den Maßnahmen, die wir lokal zum Schutz unserer Mitarbeiter, aber auch zum Schutz der Firma und letztendlich auch im Interesse der Patienten einleiten. Zu dem Zeitpunkt, als Maßnahmen praktisch in allen Ländern der Welt relaxiert wurden im Sommer, haben wir das Gegenteil gemacht. Und wir haben die Maßnahmen weiter verschärft. Wir haben Maskenpflicht eingeführt, inzwischen flächig, überall. Und in den kritischen Produktionen weltweit werden unsere Mitarbeiter täglich getestet. Die werden jeden Tag getestet, um diese Risiken bestmöglich zu mitigieren. Und das ist uns inzwischen ganz gut gelungen. Ich kann nur an alle hier appellieren, das Gleiche zu tun und vor allen Dingen auch darauf Acht zu geben, dass sie von den verfügbaren Impfstoffen für eine Grippeimpfung Gebrauch machen. Denn man kann beides zusammenbekommen. Und das ist natürlich ein weiteres Gesundheitsrisiko. Lassen Sie mich damit zu Europa kommen. Ich hatte es bereits erwähnt, Herr Oettinger hat mir aus der Seele gesprochen. Ich möchte allerdings noch zwei, drei vielleicht etwas konkretere Beispiele aus unserem Unternehmen erwähnen, um das, was Herr Oettinger ja generell gestern Abend gesagt hat, vielleicht noch mal zu illustrieren. Lassen Sie mich mit dem Green Deal anfangen. In Spanien, es gibt ja genug, die Spanisch sprechen. In Spanisch würde man sagen, der Green Deal ist ein Saludo a la Bandera. Das ist nichts anderes als ein Fahnengruß. Denn er lässt Inhalt in Bezug auf die langfristige Wettbewerbsfähigkeit des Kontinentes komplett vermissen. Komplett. Am europäischen Wesen wird die Welt nicht genesen. Und nur eine Nachhaltigkeits- oder eine grüne Agenda zu haben, wird kein einziges Unternehmen in Europa wettbewerbsfähig machen. Ich glaube, es ist viel schlimmer. Innerhalb Europas wird umgesetzt. Die Border Adjustment Tax und andere Dinge werden aus den genannten Gründen WTO, Handelsspannung und so weiter, alles, was sich daraus ergeben wird, nicht umgesetzt werden können. Jede chinesische Produkt, was in die Union kommt, wird den grünen Stempel haben. Und wir werden unsererseits mit einer massiven Verteuerung der Produkte, die wir herstellen, und einer weiter ansteigenden Regulierung zu kämpfen haben, die uns alles bringt, aber keine zusätzliche Wettbewerbsfähigkeit. Was fehlt, ist ein klares Bekenntnis und auch ein technologieoffenes Bekenntnis zu mehr Innovation. Denn nur mehr Innovation wird uns auch in der langen Frist mehr Wettbewerbsfähigkeit bringen. Und hierfür gibt es im politischen Raum sehr, sehr wenig Verständnis, weil es teilweise auch nicht mehrheitsfähig ist. Und weil auch die Politik, Sie hatten, glaube ich, sehr zu Recht gesagt, Herr Oettinger, die Wirtschaft muss mehr Flagge zeigen. Ich würde das auch ergänzen wollen. Auch die Politik sollte dafür einstehen, was richtig ist. Und das wird halt in vielen Bereichen viel zu wenig getan. Lassen Sie mich dazu zwei konkrete Beispiele geben. Was nicht verstanden ist auf europäischer Ebene, was nicht verstanden ist auf der Ebene vieler nationaler Regierungen, ist, wie Wohlstand eigentlich entsteht und wo er seinen Beginn nimmt. Wohlstand entsteht normalerweise dort, wo Innovation ihren Anfang nimmt. Dort, wo Kreativität zu neuen Produkten führt, entstehen Wertschöpfungsketten, entstehen letztendlich im organischen Wachstum Unternehmen, die ihrerseits Beschäftigung schaffen, die ihrerseits Lieferketten schaffen, die ihrerseits Steuern zahlen, ausbilden, weiterbilden und letztendlich auch weltweit erfolgreich sein können. Wir sehen das in den Technologieclustern, die gestern erwähnt wurden, beispielsweise an der Ost- und der Westküste der USA. Vieles, was dort entstanden ist, wenn Sie in der Biotechnologie sehen, was über die letzten 30, 35 Jahre entstanden ist, ist vor allen Dingen auch deshalb entstanden, weil die Firmen dort hingegangen sind, wo technologieoffen und innovationsunterstützend reguliert wurde. Die rote Biotechnologie ist aus Europa vertrieben worden. Deswegen müssen wir heute nach Boston, um die besten Talente zu bekommen, um Teil dieses Netzwerks und dieser Infrastruktur zu werden. Wir haben in Europa nichts Vergleichbares. Dieses Grundverständnis, dass alles mit der Innovation anfängt und dass diese Netzwerke, diese Biotope langfristig entwickelt werden müssen, fehlt mir vollkommen. Es gibt viele Lippenbekenntnisse und wenig, was im Anschluss daran passiert. Ein weiteres Beispiel, bei dem wir nun auf dem Weg sind, das Gleiche mit der grünen Biotechnologie zu machen, ist die kürzliche Regulierung des Europäischen Gerichtshofs zu neuen Saatgut- und Züchtungsmethoden. Es gibt heute die Möglichkeit, über die Genschere, Ihnen allen ist sicherlich CRISPR-Cas ein Begriff, über die Genschere, sehr präzise im Saatgut-Genom Veränderungen vorzunehmen, um bestimmte Eigenschaften auszuprägen. Das heißt, Sie steuern ganz gezielt Gene an, die Sie anschalten oder ausschalten. Im traditionellen Züchtungsverfahren gibt es vieles, was letztendlich dieses An- und Ausschalten über traditionelle Züchtung, aber auch über ganz interessante Methoden, über denen auch die Grünen sich komplett ausschweigen, teilweise künstlich verstärkt wird. Das heißt, es wird massiv mit Chemie gearbeitet, um mehr Mutationen in den Ausgangsorganismen zu erzeugen oder massiv radioaktiv bestrahlt, um das gleiche Ergebnis zu bekommen. Natürlich mit einer großen Zufälligkeit dessen, was dann also an Muttergenese eintritt. CRISPR-Cas hat auch nichts damit zu tun, dass CRISPR-Cas GMO-Organismen oder Saatgut erzeugt. GMO im traditionellen, breiteren öffentlichen Verständnis heißt, dass ich Erbgut aus einer Fremdpflanze oder einem Fremdorganismus in einen Zielorganismus einbringe. Wir unterhalten uns hier über ein naturidentisches Verfahren, bei dem die Veränderung über diese Genschere, die erzeugt wird, letztendlich das gleiche Ergebnis bringt wie traditionelle Züchtung, nur viel gezielter, schneller, kostengünstiger und damit auch besser. Es wird Sie jetzt nicht verwundern, wenn ich Ihnen sage, dass dieses Verfahren bereits seit einigen Jahren in den USA als Züchtung ist Züchtung, wie normale, traditionelle Züchtung dereguliert ist. Der Europäische Gerichtshof ist den anderen Weg gegangen und hat gesagt, das ist genau das Gleiche wie GMO, also wird es genauso reguliert, also sind die Auflagen genauso hoch, also heißt das für alle europäischen, Saatgut, Forschungs- und Entwicklungs- und damit innovationsorientierten Unternehmen, dass dieser Markt letztendlich nicht entwickelt werden kann und dass die Arbeitsplätze für diese neuen Technologien natürlich auch nicht in Europa sein werden. Sie werden allesamt und sonders in die USA gehen, dort sind sie zum großen Teil und mit der bereits angekündigten Deregulierung dieser Technologien in China haben sie die zweite große Wirtschaftsmacht, die letztendlich weltbestimmend ist, die diesen Weg ebenfalls geht und wie gesagt, am europäischen Wesen wird auch hier die Welt nicht genesen. Lassen mich dazu, lassen mich nun vielleicht noch zwei, drei weitere Punkte vor aktuellem Hintergrund erwähnen. Es gibt sehr, sehr viele gute Ideen, was man jetzt alles zu tun hat. Sie kennen sicherlich teilweise auch parteiborgreifend das Thema, dass wir hingehen sollten und unsere Wertschöpfungsketten nationalisieren sollten. Das heißt, alles vertikal, alles unter unserer Kontrolle, möglichst auf nationaler, mindestens aber auf regionaler, das heißt auf europäischer Ebene. Was für ein Blödsinn. Was für ein Blödsinn. Was bedeutet das? Ich habe mit einer führenden Politikerin einer der Parteien im Rahmen ihrer Sommerbesuche gesprochen und sie versuchte mich sehr davon zu überzeugen, dass wir nur dadurch Kontrolle bekommen. Die Antwort der Wirtschaft ist die folgende. Stellen Sie sich mal vor, wir stellen ein Produkt her mit 20, 30, 40 Vorlieferanten. Wir werden dieses Produkt nur herstellen können, wenn wir alle Vorstufen dieser 40 Lieferanten zurück sozusagen auf die Scholle bringen. Wenn nur ein Einsatzstoff fehlt, ist das Ziel verfehlt. Und die Politik ist auch hier dabei, an Symptomen zu kurieren, die sie letztendlich selber initiiert hat und nicht etwa eine wirklich gute Lösung zu finden. Ich kann für uns sagen, dass wir als weltweit und aufgestelltes Unternehmen natürlich auch weltweit einkaufen. Es gibt keinen einzigen Fall, auch zum Höhepunkt der Krise, der bei uns dazu geführt hätte, dass unsere Lieferketten aufgrund der Unfähigkeit unserer Lieferanten zu liefern ausgefallen wären. Was ist passiert? Die Effekte, die wir gesehen haben und die dann auch mit viel Arbeit korrigiert werden mussten, waren fast ausschließlich politischer Natur. Pakistan schließt seine Grenzen, um möglicherweise wichtige Produkte für die eigene Bevölkerung im Land zu halten. Indien schließt seine Grenzen, um das Gleiche zu tun. China schließt seine Grenzen, die Amerikaner schließen ihre Grenzen, die Europäer tun das Gleiche. Und aufgrund dieser politischen Aktionen war es extrem schwierig, Produkt dorthin zu bekommen, wo es gebraucht wird, um in der Wertschöpfungskette weiterverarbeitet zu werden. Das heißt auch, wir brauchen mehr und stärkere globale Koordination und damit auch eine Stärkung unserer globalen Institutionen, um globale Krisen besser zu managen. Was wir nicht brauchen, ist eine Vertikalisierung der Wertschöpfungsketten, gerade auch in Deutschland als exportorientierten Land, das letztendlich den ganz überwiegenden Wohlstand über diese weltoffene Haltung, Handel und Wandel und natürlich auch die Wettbewerbsfähigkeit in vielen unserer Bereiche über die letzten Jahrzehnte erreicht hat. Letzter Punkt, ähnlich verschroben, geht direkt sozusagen jeden hier an, die Idee, einen Rechtsanspruch auf einen Heimarbeitsplatz zu etablieren. Was bedeutet das? Ich will Ihnen das mal an ein paar ganz interessanten Diskussionen, die wir im Unternehmen haben, illustrieren. Es gibt viele Leute, die davon beseelt sind, dass nicht die Wertschöpfung im Vordergrund steht, sondern die Selbstverwirklichung unserer Mitarbeiter. Das geht so ein bisschen auf den Punkt von Herrn Oettinger gestern Abend in seiner Dinner-Rede zurück. Unser Job ist, letztendlich wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Und es ist letztendlich eine Dispositionsentscheidung, wo unsere Leute arbeiten. Zweitens, wir haben Leute in der Werksfeuerwehr, wir haben Leute in der Produktion, wir haben Leute im Labor, die jeden Tag kommen müssen. Dann gibt es die Staatsanwälte, es gibt Rechtsanwälte, es gibt Heimarbeiter, die fest davon überzeugt sind, dass sie aufgrund der hohen Risiko-Exposition auf gar keinen Fall mehr ins Büro kommen können. Warum? Man ist weniger unter Kontrolle. Es gibt Leute, die viel, viel mehr arbeiten, weil ihnen auch der geregelte Tagesablauf fehlt. Und viele Leute sehen auch nicht, wie schädlich etwas ist für den Zusammenhalt des Unternehmens, wenn man sich über Wochen und Monate nicht sieht. Wir müssen die Leute zurückbringen. Die Alternative, Heimoffice, Rechtsanspruch auf den Heim-Ausblatt bedeutet dann, dass wir wahrscheinlich große Truppen von Ingenieuren einstellen müssen, Baufirmen letztendlich dann kontrahieren müssen, damit die bei unseren Mitarbeitern und Mitarbeitern letztendlich zu Hause Sutterons umbaut, für ausreichende Belichtung sorgt, letztendlich dann auch die gesamte Infrastruktur so herrichtet, mit einem Essensdienst mittags, Essen auf Rädern, damit es keinem an etwas fehlt. Das kann doch wohl nicht wahr sein, dass man überhaupt so eine Idee hat. Wir arbeiten daran und hoffen, dass dieser Krug an uns vorbeigeht, aber Sie sehen auch hier wiederum ein Beispiel dafür, wo relativ wenig dafür getan wird, die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes tatsächlich auch über gute Regulierung zu stärken. Lassen wir mich damit zum letzten Punkt kommen, der Ausblick vorbei. Was haben wir eigentlich am 30. September, also vor zwei Tagen, gesagt? Wir haben erstmal gesagt, dass wir aufgrund der Volatilität der Situation es natürlich, wie viele andere Unternehmen, schwer haben, zu sagen, wie wird das nächste Jahr, wie werden die nächsten zwei, drei Jahre. Aber wir sehen durchaus, dass, wie ich Ihnen auch gerade beschrieben habe, die Krise etwas länger dauern wird. Für 2020 wird es in unserem Unternehmen so aussehen, dass wir ein stabiles Geschäft haben. Das heißt, wir haben einen stabilen Umsatz. Wir wachsen nicht, aber wir haben einen stabilen Umsatz. Und wir werden ein Ergebnis erzielen, trotz aller Probleme. Das heißt, eines massiven Einbruchs unseres Pharmageschäftes im zweiten Quartal, einer nur schleppenden Erholung aufgrund auch des fehlenden Wachstums, massiver negativer Effekte aus den Währungen, Stichwort Brasilien, Stichwort teilweise auch der US-Dollar. Wir werden trotzdem ein stabiles Ergebnis haben im Verhältnis zum Vorjahr. Das ist die Basis, auf der wir dann kommuniziert haben und gesagt haben, naja, so ein paar von den Dingen, mit denen wir uns dieses Jahr auseinandersetzen, die werden wir realistischerweise nächstes Jahr ebenfalls haben. Wir werden ein hochvolatiles Währungsumfeld haben. Wir werden Nachfrageverschiebungen haben, weil beispielsweise nicht so viel Auto gefahren wird, weil ja viele Leute zu Hause sind. 30 Prozent der gesamten Maisernte geht in Bioethanol und wenn nicht gefahren wird, wird die Ernte nicht verkauft. Das drückt auf Commodity-Preise und letztendlich auch die Anbaufläche nächstes Jahr. Das sind die Dinge, die wir sehen. Also haben wir gesagt, in unseren drei Geschäften, die Pharma wird so ein bisschen V-Shape-mäßig wieder zurückkommen und nächstes Jahr wachsen. Unser Consumer-Geschäft mit Aspirin, Alka-Selza, Nahrungsergänzungsmitteln ist ein bisschen Krisengewinner. Wir kriegen insbesondere im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel die Arbeit nicht getan, wachsen deutlich zweistellig und insgesamt dieses Jahr und auch in den nächsten Jahren vielleicht so vier, fünf Prozent. Das ist also ein gutes Geschäft, aber das kleinste unserer Geschäfte. Und im Agrarbereich werden wir aufgrund der vorhin erwähnten Effekte halt ein schwierigeres Jahr haben, bevor es dann 22, 23, 24 auch wieder zu wachsen beginnt. Wir sind erheblichen geopolitischen Spannungen ausgesetzt. Die Handelsvereinbarungen zwischen den USA und China werden nicht erfüllt, von beiden Seiten. Das betrifft insbesondere den Agrarsektor, weil der Gegenstand der Phase 1 war. Also aus Amerika heraus Belieferung Chinas mit vor allen Dingen Soja und Mais. Und das sind halt die Dinge, die wir, da muss man keine hellseherischen Fähigkeiten haben, die wir für nächstes Jahr sehen. Das hat dazu geführt, dass unser Kurs nochmals um 10 Prozent eingebrochen ist. Wir sind der Meinung, dass auch ich persönlich, dass wenn sich der Ausblick und die Situation ändert, die erste Pflicht ist, klar zu kommunizieren, wie die Lage ist. Aber noch mal, das ist kein Desaster, sondern ein stabiles Unternehmen, bei dem es darum geht, die nächsten anderthalb bis zwei Jahre mit geringerem Wachstum letztendlich gut zu managen, um dann auch wieder innovationsgetrieben stärker wachsen zu können. Wir sind in den richtigen Marken, Nahrung und Gesundheit. Wir haben die richtige Vision, Gesundheit für alle und Ernährung für alle. Und wir sind auch deswegen in Deutschland und Europa, ja, auch das wird oft nicht gesehen, eins der stärksten Innovationsunternehmen. Wir sind ein Top 50 Unternehmen weltweit mit unseren Innovationsaufwendungen. und in der Krise werden wir diese Innovationsaufwendungen erhöhen. Wir geben jedes Jahr fünf Milliarden Euro, einen großen Teil davon in Europa, nur für Forschung und Entwicklung aus. Wir geben jedes Jahr rund drei Milliarden Euro für Sachanlageinvestitionen aus, ganz überwiegend in Europa. Wir arbeiten an wirklich tollen Dingen, spannenden Dingen. Wer es noch nicht gegoogelt hat, gucken Sie sich mal liebs an, bei Bayer. Hier machen wir wirklich Transformationsinvestitionen in Bereiche, bei denen die nächst bessere Therapie nicht die Antwort ist für den Anspruch unseres Unternehmens. Es geht darum, aus der nächst besseren Therapie in die Heilung zu kommen. Wenn alles gut läuft, vielleicht das als letztes Beispiel, werden wir im nächsten Jahr in die Phase 1 der klinischen Entwicklung gehen, im Bereich Parkinson. Parkinson ist heute eine nicht gut therapierbare Krankheit und sie ist nicht heilbar. Der Ansatz, der entwickelt worden ist, mit dem nächsten großen Technologieschub, der im vollen Gange ist, Zell- und Gentherapie, gentherapeutische Ansätze ist, über eine Zelltherapie diese Menschen zu heilen. Heute kann nicht geheilt werden. Über Zelltherapie besteht die Hoffnung, dass diese Menschen mit einer einzigen Behandlung geheilt werden können. Das ist das, wofür unser Unternehmen steht. Das ist das, wofür unsere mehr als 100.000 Leute brennen. Auch wenn die Zeiten schwierig sind, das gestehe ich gerne zu. Aber wir haben eine gute Zukunft, gutes Wachstum, gute Investitionen, die Finanzmittel, die wir brauchen. Und unsere Dekade wird sicherlich die Dekade des laufenden Jahrzehnts sein. Haben Sie ganz vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.